Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, wie klasse Schwimmer aussehen? Warum ist das so? Schwimmen belastet alle Muskelgruppen und das bei extrem hohem Kalorienverbrauch. Neben der Fortbewegung muss der Körper nämlich noch seine Temperatur halten. Schade, dass die meisten von euch nur baden gehen. Denn Schwimmen, Leute, ist etwas ganz anderes. Und genau das zeigen wir euch jetzt. Seht euch mal die Beine. Zum Maskulinum-Trainingsprogramm gehört zweimal Brustschwimmen pro Woche. Eine halbe Stunde am Stück reicht. Danach könnt ihr wieder baden gehen, wenn ihr wollt. Danke. 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 Danke.